Musik Eine der wichtigsten Aufgaben des Roten Kreuzes besteht in den zahlreichen Blutspendeterminen, die in regelmäßigen Abständen auch im Landkreis Göppingen durchgeführt werden. Denn nur wenn ausreichend Blutkonserven vorrätig sind, können Unfallopfer im Ernstfall richtig behandelt werden. Wir veranstalten im Jahr zwischen 50 und 60 Blutspendetermine im Kreis Göppingen und sammeln zwischen 7.000 und 8.000 Blutkonserven. Um all das bewerkstelligen zu können, sind bei jedem einzelnen dieser Termine zahlreiche ehrenamtliche Helfer notwendig. Einen, die solch ein ehrenamtliches Amt ausübt, ist Simone Eberle. Bereits seit vielen Jahren spendet sie nicht nur selbst Blut, sondern hilft auch bei der Durchführung zahlreicher Blutspendeveranstaltungen mit. Und das aus Überzeugung. Die Blutspende ist für mich sehr wichtig, weil ich denke, jeder Mensch kann mal selber Blut brauchen. Und von dem her war das für mich eigentlich von Anfang an kein Thema, da ehrenamtlich mitzuhelfen. Bei jedem Blutspendetermin sind je nach Größe der Veranstaltung zwischen 20 und 40 ehrenamtliche Helfer im Einsatz. Diese werden vor ihrem ersten Einsatz in verschiedenen Kursen vom Roten Kreuz auf ihre jeweilige Aufgabe vorbereitet. Bei der Blutspende bin ich hauptsächlich an der Anmeldung, nehme die Spender auf, erkläre ihnen, was sie zu tun haben und leite sie dann zum Arzt oder dahin, wo es halt weitergeht. Wer sich wie Simone Eberle ebenfalls ehrenamtlich beim Blutspendedienst engagieren möchte, findet alle dazu nötigen Informationen im Internet auf der Homepage des Roten Kreuzes unter dhk-göppingen.de Ehrenamt aus Liebe zum Menschen. Deutsches Rotes Kreuz. Kreisverband Göppingen.